Mach es einfach, 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 ja mach es einfach, mach es einfach. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Mein Name ist Ben Watara, ich bin High-Performance- und Mindset-Coach und ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ihre Ziele zu erreichen, indem ich ihnen helfe, ihre limitierenden Blockaden aufzulösen, mental und emotional Strukturen und Routinen zu schaffen, um ihre Ziele Step-for-Step zu erreichen. Und ich habe vor kurzem eine Telegram-Gruppe kreiert, wo jeder mir folgen kann, Fragen stellen kann. Ich habe regelmäßige Live-Streams, die ich kreiere, deswegen, wenn du dabei sein willst, klick auf jeden Fall auf den Link in den Shownotes und komm in die Telegram-Gruppe, ist völlig kostenlos und es gibt sehr viele Insights, die ich teile, die du sonst auf keiner anderen Plattformen findest. Und ich habe gestern einen kleinen Post gemacht und jeden in der Gruppe gefragt, mir eine Frage zu stellen, falls eine Frage da ist und gesagt, dass ich die interessantesten Fragen rauspicken werde und sie dann beantworten werde in dem Podcast. Und das ist heute das erste Format, was ich so mache. Das wird keine lange Episode, glaube ich zumindest. Man weiß nie, wenn ich einmal im Flow komme, aber ich werde jetzt die Frage beantworten von Michael und hören wir uns mal ganz kurz an, was die Frage ist. Wenn du quasi in einem Flow bist, wirklich alles abarbeiten willst, dann kommt irgendwas rein und das, was reinkommt, diese Mail bringt dich dann wieder aus dem Flow. Wie gehst du da vor, dass du wieder in deinen Flow reinkommst, um die Produktivität dann rumzusetzen? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt, was ich meine und du verstehst, was ich meine. Jo, Michael, vielen, vielen Dank für deine Frage und ja, du hast es perfekt formuliert. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich möchte mal ganz kurz, bevor ich diese Frage beantworte, woanders ansetzen. Weil die Frage war so formuliert, wenn ich im Flow bin und dann kommt etwas dazwischen, was mich rausbringt, wie komme ich wieder in den Flow rein? Und da gibt es natürlich Wege und Methoden, wie man das macht, wie man in den Flow wieder reinkommt. Aber als allererstes ist die Frage, warum holt mich etwas aus meinem Flow raus? Wie oft holt mich etwas aus meinem Flow raus? Habe ich Strukturen und Routinen kreiert, ein Umfeld kreiert, meine Zeit, mein Umfeld beschützt auf eine Art und Weise, dass diese Situation eliminiert? Und wenn es nicht hundertprozentig möglich ist, zumindest minimiert werden. Weil das ist nämlich das Wichtigste. Wenn ich, keine Ahnung, lerne Skateboard zu fahren und ich fall hin und schürfe mir das Knie auf, dann gehe ich nicht auf mein Skateboard und mache es einfach nochmal und fall jedes Mal wieder in sich. Okay, was kann ich machen, um den Schmerz zu minimieren, wenn ich weitergehen will? Ich muss etwas anpassen, ich muss etwas ändern. Ich muss etwas verbessern, dass ich vielleicht überhaupt nicht hinfalle. Oder dass, falls ich hinfalle, ich zumindest einen Schutz, es gibt ja diese komischen Straps, die man an seinen Knie und seinen Ellbogen und so weiter und so einen Schutzhelm und was auch immer. Was kann ich tun, um das zu verbessern, um das anzupassen? Okay? Und das ist nämlich der wichtigste Step. Wir machen das bei mir im Coaching immer genauso. Wir kreieren einen Plan. Okay? Was ist dein Plan? Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Dann, was sind die Prioritäten? Was sind die wichtigsten Dinge, die du erledigen musst? Was muss diese Woche erreicht werden? Was muss heute erreicht werden? Klarer Fokus. Okay. Dann Termine mit dir selbst. Unverhandelbare Termine mit dir selbst. Es ist so wichtig. Und ich erwähne es an diesem Punkt, weil viele Leute lassen sich ablenken, wenn sie Termine mit sich selbst haben. Und Termine mit dir selbst kann sein, ich arbeite jetzt vier Stunden an meinem Ziel, an meinem One Thing. Aber ich bin alleine. Ich bin nicht in einem Meeting. Ich bin nicht mit jemand anderem. Ich habe mich nicht jemand anderem verpflichtet. Also könnte theoretischerweise etwas dazwischen kommen. So. Und denk mal wirklich darüber nach. Wenn du einen Termin mit einem Anwalt hast, mit einem Kunden hast, wenn du beim Arzt bist, wenn du in egal welcher Form von Termin, wo du eine Art von Accountability einer anderen Person gegenüber hast, checkst du nicht deine Mails für 10, 20 Minuten. Kommt nicht jemand einfach dazwischen. Wenn dich jemand anruft, gehst du nicht an dein Handy ran. Es ist nicht möglich, dich zu erreichen in diesen Momenten. Weil diese Zeit beschützt ist durch ein externes Element. Wenn du gerade im Flugzeug sitzt, wenn dein Umfeld dir nicht erlaubt, jetzt gerade das, was du machst, zu unterbrechen, um etwas Neues zu starten, bleibst du im Fokus. Das ist die Priorität. Das ist die Priorität. Ausnahmen. Leute haben immer Ausnahmen. Aber ist es wirklich eine Ausnahme? Wie oft ist es passiert diese Woche? Wie oft ist es passiert diesen Monat? Wenn etwas einmal alle sechs Monate passiert, okay, da brauchst du keine Routine, da brauchst du keine Struktur für. Aber wenn etwas mindestens einmal pro Woche passiert, ist es schon eine Regelmäßigkeit. Ich habe Leute, die ein Unternehmen führen und mir sagen, ja, irgendwie in einer Stunde kommt viermal jemand in mein Office rein und will irgendetwas. Ja, meine Mitarbeiter war hier, aber ich muss auch die Fragen beantworten. Aber dadurch kommst du nicht voran, weil du nie im Fokus bist, weil du immer mit deinen Gedanken in eine komplett andere Welt reingehst, von jemandem, der gerade irgendetwas reinbringt. Aber das Ding ist so, du sagst, ja, aber ich muss ja, ich kann ja nicht anders. Das sind Gewohnheiten, die du kreiert hast. Das sind Emotionen, Impulse, die im Moment rauskommen, die nicht stimmen. Du kannst, du willst nicht. Weil, das ist nämlich genau das Ding, wenn jetzt der wichtigste Kunde in deinem Office wäre und das Meeting würde vier Stunden gehen, würde keiner der Mitarbeiter, der unbedingt jetzt dringend deine Hilfe braucht, dich unterbrechen können. Er würde irgendwie einen anderen Weg finden. Wenn du krank wärst und du wärst im Krankenhaus, wenn du auf Reise, ich nehme die ganzen anderen Beispiele, die ganzen anderen Situationen. Wenn du physisch nicht da wärst oder irgendwie deine Zeit anders eingenommen wärst, dann könnte diese Unterbrechung nicht stattfinden. Und die Welt würde nicht untergehen. Und das ist das Ding. Was ist das, was diese Person braucht, was die Situation erfordert? Und ist das der einzige Weg, damit umzugehen? Du bist nur so frei wie die Option, die du kennst. Und deswegen ist es, Nein zu sagen, einer der wichtigsten Steps. Und Nein bedeutet nicht jetzt, nicht so, nicht ich. Es gibt bestimmte Leute, die regelmäßig bei dir anklopfen wegen irgendetwas. Wie kannst du Nein dazu sagen? Und da kreierst du Strukturen und Routinen für. Das ist nicht eine Sache, die vielleicht jetzt direkt so gelöst wird, aber man kann für alle Systeme und Routinen schaffen. Dass du bestimmte Zeitfenster kreierst in regelmäßigen Abständen, wo du deine E-Mails checkst, wo du mit deinen Mitarbeitern abredest, wo Leute dich erreichen können. Nicht so, dass du andere Formate findest, wie du diese Sachen löst. Dass du bestimmte Sachen nicht selbst machst. Ich habe Leute, die mir sagen, ja, aber ich arbeite zum Beispiel im Office und jederzeit kann jemand reinkommen und dann muss ich ja da sein, weil der Kunde ist der Wichtigste. Aber wenn du jetzt gerade einen wichtigsten, ich meine, es ist was anderes, wenn du jetzt ein Klamottengeschäft hast, aber sogar dann, wenn du weißt, dass du gerade expandieren willst, weil du gerade Projekte hast, Ziele hast, die dich auf ein ganz anderes Level bringen, aber du kommst nicht voran, weil alle 10 Minuten jemand reinkommt und du machst das alles selbst, du arbeitest im Unternehmen, nicht am Unternehmen. Und das gilt sowohl für einen Freelancer, der gerade seine Videos schneiden will und alle 5 Minuten kommt irgendwas rein, privat und Business gemischt. Oder wenn du ein Unternehmen führst und hast 30 Minuten, das ist alles egal, das sind alles verschiedene Ebenen, aber dieselben Prinzipien können angewandt werden. Und ich hatte das vor ungefähr, vor ein paar Wochen war das, eine Teilnehmerin bei mir im Coaching gesagt hat, ja, aber ich muss ja, es geht nicht anders und das ist das Problem, wenn du glaubst, es geht nicht anders, hast du recht und dann bist du in dieser Art und Weise zu denken gefangen. Ich habe gesagt, okay, ganz einfaches Beispiel, nimm dir mal einen Arzt. Du kannst doch nicht einfach reinlaufen und direkt ins Office vom Arzt reingehen, während er gerade mit einem Patienten redet oder eine Behandlung durchführt, nur weil du jetzt vielleicht auch einen Termin brauchst. Deswegen hat er eine Sekretärin. Deswegen gibt es jemanden in einem Empfangsbereich, wo Leute sitzen. Ja, aber da muss ich Leute einstellen, ja, aber dann brauche ich, aber da hast du einen virtuellen Assistenten, vielleicht kannst du mit anfangen. Das Ding ist, wenn du es nicht als Option sehen kannst, weil du denkst, ja, aber ich kann es mir nicht leisten oder ja, aber niemand kann das so gut erklären wie ich, ja, aber ich muss direkt, das sind so viele andere Punkte, die dafür sorgen, warum ich das nicht mache. Nicht, weil ich es nicht kann, weil ich es nicht will. Warum will ich es nicht? Und sind diese Gründe, warum ich es nicht will, vielleicht Glaubenssätze, die ich habe, die ich über die Jahre kreiert habe und konditioniert habe? Wie machen es denn die anderen? Weil dieser Arzt dann vielleicht denkt, ja, aber wenn ich das jetzt nicht selbst mache und die Leute am Empfang, die sind ja keine Ärzte, die können vielleicht nicht so gut das rüberbringen wie ich und vielleicht kriege ich da nicht genug Patienten und deswegen will ich da selbst sein. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit unterbrochen werde, kann ich ja gar nicht wirklich vorangehen. Verstehst du das Prinzip? Es gibt so viele verschiedene Ebenen, deswegen will ich jetzt nicht in allen möglichen Beispielen reinkommen und ich weiß jetzt auch nicht, Michael, was für ein Flow das ist und was du genau machst und wie das genau auf deine Situation zutrifft, aber deswegen halte ich es auch allgemein, dass jeder sich da reinversetzen kann, aber das ist der erste Step. Wie kann ich meine eigene Zeit beschützen? Jemand, der mir sagt, okay, jeden Tag kommen viermal die Stunde meine Mitarbeiter rein und so weiter und so fort, was sind Strukturen, Routinen, Prozesse, die ich kreieren kann? Dass ich sage, ich habe ein Zeitfenster von einer Stunde jeden Tag, wo Leute sammeln können und reinkommen können und mir Fragen stellen können. Und wenn es irgendwelche Freunde sind, die jederzeit irgendwie bei mir anrufen, weil sie irgendetwas wollen und so weiter und so fort, ich habe bestimmte Zeiten, wo ich in WhatsApp reingehe, bestimmte Zeiten, wo ich E-Mails beantworte, bestimmte Zeiten, wo ich, weißt du, das Ding ist, und darauf werde ich auch gleich reingehen, du hast gesagt, wenn du im Flow bist und dann kommt eine Mail rein und du kommst aus dem Flow raus, wie kommst du wieder rein? Das Ding ist, Mails beantworten, Telefonate führen, Sales Calls machen, E-Mails beantworten, das ist ja auch ein Flow. Das ist ja auch ein Flow. Du bist in einem anderen Flow, wenn du zum Beispiel Fragen beantwortest. Wenn du in Social Media reingehst zum Beispiel und sagst, okay, weißt du was, ich werde Fragen beantworten von Leuten und so weiter und so fort oder ich lese mir mal durch, was Leute mir geschickt haben auf WhatsApp, das ist ein Flow. In einem Fluss mache ich das, das ist Batching. Das ist eine Kategorie, lass mich mal da reingehen. Aber viele Leute wachen morgens auf, machen sich kurz was zu essen, während sie frühstücken, gucken sie sich schon die E-Mails an, dann sagen die, okay, was mache ich jetzt als erstes? Oh komm, ich fange jetzt mal hiermit an. Bist du Fotograf, fängst du an, ein Bild zu bearbeiten. Dann hast du deine Notifikationen an, bumm, auf einmal kommt eine WhatsApp-Message, dann guckst du dir das mal an, dann siehst du, bist du gerade in WhatsApp, hast du eh schon ein Handy an, dann swipest du kurz nach rechts, weil du bist es ja so gewohnt, auf einmal bist du auf Instagram, dann denkst du, hey, Moment mal, was habe ich gerade gemacht? Ah ja, stimmt, ich war jetzt gerade, oh, jetzt muss ich mal wieder reinkommen in meinen Flow. Auf einmal kriegst du eine andere Notifikation, dass eine E-Mail reingekommen ist und ich muss ja jederzeit erreichbar sein, weil es könnte ja ein wichtiger Kunde sein, weil du keine Systeme und Routinen geschaffen hast. Dass du das auffangen kannst, hast, dass du vielleicht eine Applikation hast, eine Landingpage hast, wo jemand sich eintragen kann, einen Empfang hast, eine Person hast, die Telefonate für Leute führt und die am Ende des Tages oder am Ende der Woche sagt, okay, hier haben wir vier Leute, vier Termine habe ich gesetzt, letzte Woche für dich, bumm, 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 es gibt für alles eine Lösung, aber das ist das Ding, das ist das Wichtigste. Sie haben gesagt, bevor ich die Frage beantworte, wie komme ich wieder rein, wenn ich rauskomme, ist die Frage, Moment mal, lass uns mal diese ganzen Sachen minimieren, soweit es geht und das ist ein Prozess. Ich sage dir ganz ehrlich, du wirst die Sachen angucken, wirst sagen, okay, alles klar, ab jetzt werde ich das nicht mehr so machen, ich werde das nicht mehr tun, ich werde da lernen, nein zu sagen und so weiter und so fort und das wird nicht direkt klappen. Du wirst mindestens zwei, drei Wochen brauchen, wenn du die Sachen anpasst und dir anguckst und sagst, ah, jetzt habe ich schon wieder gesagt, ah, da habe ich schon wieder das, ah, dem habe ich wieder, da mich verpflichtet und jetzt, okay, jetzt kann ich ja nicht mehr Nein sagen, weil ich habe schon Ja gesagt und so weiter und so fort. Das heißt, da ist es ein Entwicklungsprozess. Aber du wirst dich wundern, dieses eine Prinzip, die Termine mit dir selbst zu respektieren und zu beschützen, als wären es Termine mit anderen, Systeme und Routinen zu schaffen, um alles, was um dich herum gehandelt werden muss, Kommunikation mit anderen Menschen, egal ob es mit Telefon, mit WhatsApp oder Direktkommunikation und Termine sind und so weiter, in Formate zu legen, dass du da auch in einen Flow kommen kannst und dass du bestimmte Zeiten festlegst und nicht jederzeit irgendjemand dich rausholen kann. Das, nur das, kann dafür sorgen, dass du 500% mehr Zeit in deinem Kalender hast. in Überfluss bist. Weil du befreist nicht nur diese Zeit, sagen wir, die 10 Minuten, diese E-Mail da zu lesen und zu beantworten, sondern, wie du schon gesehen hast, dieses Wieder-Reinkommen in den Flow. weil das kostet Zeit. Jedes Mal, wenn du eine Aktivität machst und sie unterbrochen wird und du dann wieder reinkommen musst, vor allen Dingen auch in denselben Flow, je nachdem, was es ist. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du, sagen wir, wenn deine Arbeit sehr mechanisch ist, wie so Fließbandarbeit, Ja, okay, du kannst unterbrechen, wieder reinkommen und du kannst direkt wieder an derselben Geschwindigkeit weitermachen, weil es nicht etwas Kreatives ist oder nicht etwas, wo du mit deiner Gedankenwelt reingehen musst, weil das ist das Wichtigste. Wenn du etwas Kreatives machst, du bist in deinem Flow und kommst, wo war ich gerade, was habe ich gerade gemacht? Vor allen Dingen, wenn es etwas ist, wo du, weil ich meine, Kreativität kann man ja in vielen Bereichen sehen, aber so diesen Überblick wieder verschaffen. Sagen wir, du schreibst gerade an deinem Buch und du kommst raus, jetzt musst du einfach weiterschreiben. Du kannst nicht einfach dich hinsetzen und also ich kann es zumindest nicht und die meisten Leute, die ich kenne, können es nicht. Wenn ich gerade ein Video filme oder einen Podcast aufnehme und jetzt irgendwie jemand mich unterbricht, ich sorge dafür, dass nichts dazwischen kommen kann. Und das ist das Ding, wie ernst und wie, ja wie wichtig ist dir diese Tätigkeit, die du da machst und dieser Flow. und das wirst du daran sehen, wie sehr du es beschützt. Und ein weiterer Faktor ist, dass, wenn du diese Schutzschilder, nenne ich sie mal, nicht aufgebaut hast, dann hast du immer im Hinterkopf, oh, irgendwas wird wahrscheinlich gleich wieder kommen. Ja, das ist nämlich genau das Ding, dass diese Teilnehmerin bei mir im Coaching, sie hatte das, sie meinte so, ja, ich bin, ich werde mehrmals am Tag unterbrochen und ich komme nie wirklich in so einen Flow rein, weil ich auch immer das Gefühl habe, fast schon, es lohnt sich gar nicht, erst in den Flow reinzukommen, weil es könnte in 10 Minuten jemand hier reinkommen und dann muss ich ja dann dafür ready sein und das hält sich die ganze Zeit im Hinterkopf. Katastrophe. Eine Katastrophe. Wie willst du dann, wie willst du dann funktionieren? Wie willst du dann jemals wirklich in ein Momentum reingehen? Ja, das heißt, dieses allein schon, dass du dieses Gefühl hast, boah, gleich kommt wieder einer meiner Mitarbeiter rein und fragt etwas und ich muss ja jetzt da sein und ich kann ja nicht anders so, dieses Mindset, ich muss das so machen und es geht nicht anders, das ist die Limitierung. Und deswegen hinterfragst du das gar nicht erst, weil du gar nicht erst siehst, dass das das Problem ist, du denkst, dein Problem ist, wie komme ich wieder rein? Weil, dass ich rauskomme, das ist ja, das kann man ja nicht verhindern, aber wie komme ich einfach wieder rein? Das ist mein Problem. Nein, dein Problem ist, warum kommst du raus? Und da wird es so viele Ansätze geben, ja, aber, ja, aber, weil, aber nein, du weißt nicht oder ich habe schon alles gehört. Aber dann geht es individuell. Das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, weil da geht es wirklich darum, was ist die Situation und du wirst für dich selber so viel rausfinden. Wenn du anfängst es zu beobachten, wenn du anfängst es zu verändern, wenn du anfängst zu gucken, wie machen das andere und dann merkst du, warum habe ich das nicht vorher gemacht? So und dann kommt dieses, wie komme ich wieder rein? Und da ist es so wichtig, so wie so ein Mini-Ritual fast schon zu haben. Ich arbeite mit Pomodoros, ich arbeite mit Accountability. Das hilft mir auch zum Beispiel. Zum Beispiel, es gibt eine App, die nennt sich Focusmate. Checkt das mal ab, focusmate.com ist eine super App, kann ich nur empfehlen, für jeden, der Schwierigkeiten hat, bei einer Sache zu bleiben und sich immer ablenken lässt. Ich mache das bei manchen Tätigkeiten, wenn ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich rauskomme aus meinem Flow, weil, guck mal, das muss ich noch dazu erwähnen, es kann sein, dass jemand dich unterbricht oder du eine E-Mail bekommst, wobei E-Mail ist ja auch schon wieder so ein Ding, das ist ja eine eigene Entscheidung. Du unterbrichst dich ja selbst. Du kannst ja eine Sache machen und auf einmal gehst du mit deinen Gedanken woanders hin. Du brauchst nicht jemanden, der dich anruft oder der an eine Tür klopft oder der von außen reinkommt. Du kannst das ja von alleine, von innen. Jeder von uns kennt das. Du machst eine Sache, bumm, bist mit deinen Gedanken woanders. Oder du greifst plötzlich zu deinem Handy und bist auf Instagram. Du greifst zu deinem Handy und auf einmal checkst du deine E-Mails. Du guckst dir auf einmal, das ist ja ein Step, den du machst. Das heißt, was kannst du tun, um deine Aufmerksamkeit lange genug auf diese Sache zu halten, wenn du dich selbst kennst. Es ist teilweise so lächerlich, aber manche Leute kommen an mit den simpelsten Sachen. Und Leute, die sehr erfolgreich sind, Unternehmen haben, 100 Mitarbeiter und schon sehr, aber teilweise ist ja dieses, je mehr Menschen, die um dich herum sind, desto mehr Triggermöglichkeiten gibt es nämlich herum. Um diese Kleinigkeiten, wie mein Handy zu blockieren für einen gewissen Zeitraum, ist einfach das Aus. Ich habe die nächsten vier Stunden genauso. Stell dir vor, du hast gerade ein Event. Stell dir vor, du hast gerade ein Meeting, was so lange geht, wie deine Focus Sessions geplant sind. Und in der Zeit kann nichts dazwischen kommen. Boom. Wie würdest du es kreieren? Hättest du einfach dein Handy da, hättest du dann und wie gesagt, das sind so diese, kontrolliere dein Umfeld. Focus Mate. Ich mache eine Focus Mate Session und arbeite in Pomodoro-Einheiten. 50 Minuten, 10 Minuten Pause. 50 Minuten, 10 Minuten Pause. Und wenn ich rausgekommen bin, eine der ersten Sachen, die ich mache, das ist nämlich sehr wichtig, vergiss mal, jetzt in meinen neuen Flow reinkommen, weil das ist kurzfristig gedacht. Das erste, was ich mache, ist, ich schreibe mir auf, was war nicht so gut in der letzten Session? Wie war mein Fokus? Wie war meine Produktivität? Ich war überhaupt nicht produktiv. Ich war nicht fokussiert. Ich bin rausgekommen, weil das gerade passiert ist. Weil jetzt kommt nämlich der wichtige Punkt. Wenn ich jetzt darüber rede und du hörst das und denkst, ah, was sind Sachen, die mich rausbringen aus meinem Flow, brainstormst du jetzt in deinen Kopf, und dir fallen bestimmte Situationen ein. Vielleicht etwas, was gestern war. Vielleicht etwas, was letzte Woche war. Vielleicht etwas, was allgemein so eine Sache ist. Aber manchmal weißt du nicht mehr genau, warum, wie, wie ist das passiert, was war das? Das ist sehr vage. Jetzt gerade, wenn etwas vor 30 Minuten passiert ist, ist es frisch. Okay, jetzt kann ich das analysieren. Und jetzt kann ich das nutzen. Ich gucke mir das an. Okay, Moment mal ganz kurz. Warum bin ich abgelenkt worden? Weil ich das, das, das nicht vorbereitet habe. Weil diese Person die Gewohnheit hat. Weil ich nicht kommuniziert habe im Voraus, dass ich für die und die und die und die Zeit nicht erreichbar bin. Weil ich emotional das Gefühl hatte, oh mein Gott, mein Handy klingelt gerade. und das ist wieder dieses Ding. Wenn ich es nicht weiß, macht es mich nicht heiß. Wenn mein Handy auf stumm gestaltet ist und nicht in Sichtweite ist, während ich da gerade an meinem Session bin, dann kann es mich gar nicht stören. Das heißt, dass ich es überhaupt mitbekomme, dass eine E-Mail jetzt gerade reingekommen ist, ist ein Problem. Also muss ich da eine Lösung für finden. Jede einzelne Trigger wird dir jetzt bewusst. Und jetzt hast du die Möglichkeit, es zu ändern. Okay, alles klar. Was kann ich tun? Lernen, anpassen, verändern und manche Sachen kannst du jetzt vielleicht nicht jetzt direkt lösen, aber du schreibst es dir auf. Jetzt wird es dir bewusst. Okay, alles klar. Okay, cool. Und vielleicht in zwei Stunden passiert wieder irgendetwas und du merkst, okay, alles klar, jetzt schreibe ich es auf. Am Ende des Tages guckst du dir es an. Hm. Okay. Da, 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 da. Da sind Punkte an, die muss ich arbeiten. Super, perfekt. Du tragst die ein in deinen Kalender. Wann wirst du das machen? Wie wirst du das machen? Vielleicht musst du ein paar Sachen recherchieren. Vielleicht brauchst du eine App. Vielleicht brauchst du eine Person. Vielleicht brauchst du, was auch immer du brauchst, um das zu verändern und das zu verbessern. Du kreierst ein System, ein Umfeld, was für dich arbeitet, nicht gegen dich arbeitet, weil jetzt gerade kämpfst du gegen dein Umfeld. Und dann visualisiere ich ganz kurz die nächste Session. Mach die Anpassungen, die ich jetzt gerade brauche und kreiere das Umfeld, was mir erlaubt, wieder in den Flow reinzukommen. Für wie lange auch immer ich jetzt entschieden habe, weiterzumachen. Vielleicht sage ich, ich mache noch zwei Sessions von 50 Minuten, wo ich jetzt hier an dieser Tätigkeit arbeiten werde. Boom. Und dann starte ich. Ja, dann gibt es Sachen, die man nutzen kann natürlich, um sich beim Fokus zu unterstützen. Sagen wir, ich höre jetzt Brainwaves. Wie gesagt, ich nutze Focusmate. Ich habe ein aufgeräumtes Desk. Sondern ich kann halt nur die Grundvoraussetzungen schaffen dafür. Kann ich jetzt garantieren, dass ich innerhalb von fünf Minuten in den Flow komme? Nein, kann ich nicht. Aber ich setze die Grundbedingungen, dass ich zumindest nicht abgelenkt bin. Weil Flow bedeutet auch meistens nur, lange genug die Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken. Ja, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinem... Weil du kannst ja auch an einer Sache arbeiten und wie gesagt, mit deinen Gedanken woanders. Wirklich, ich kreiere diese Intention. Ich visualisiere ganz kurz. Weil ich visualisiere nicht nur mein Ziel, was irgendwann zehn Jahre in der Zukunft liegt. Ich visualisiere die nächste Stunde. Ich visualisiere den heutigen Tag. Wie fühle ich mich am Ende des Tages, wenn ich das jetzt hier erfolgreich abgeschlossen habe. Was ich mir vorgenommen habe für heute. Okay, cool. Ich gehe jetzt da rein. Mit welcher Energie mache ich das? Boom. Was brauche ich? Habe ich genug Wasser? Habe ich dies? Habe ich das? War ich auf Toilette? Alles das, was mir im Weg stehen kann. Passe ich an. Und das übrigens gilt auch, wenn du rauskommst aus einem Momentum. Sagen wir, dass du drei Wochen lang etwas gemacht hast. Sagen wir, jeden Tag hast du meditiert zweimal. Oder du warst im Gym oder du hast deine Morgenroutine gemacht oder du hast zehn Kunden angerufen und dann hast du auf einmal aus irgendeinem Grund bist du rausgekommen für drei Tage. Dann hast du auch, jetzt bin ich rausgekommen, jetzt muss ich wieder reinkommen und wie komme ich wieder rein? Das Erste ist, schreib dir auf, was war der Grund, warum du das nicht gemacht hast die letzten drei Tage? Was ist dazwischen gekommen? Was war es? War es mental? War es emotional? War es dein Umfeld? War es ein Trigger? War es etwas, was passiert ist? Was auch immer, was war es? Schreib es dir auf, sei es dir bewusst. Was ist das Problem? Und was kannst du tun? Was kannst du anpassen? Was kannst du lernen? Mit wem kannst du reden, um das zu verbessern, um das anzupassen? Was ist vielleicht etwas, was du in dieser Situation falsch bewertet hast? Was übersiehst du? Was kannst du lernen? Was ist gut daran, was passiert ist? Power-Fragen durchgehen. Es sind so viele Sachen, die du machen kannst, aber das ist einer der wichtigsten Steps. Weil sonst kannst du nicht daraus lernen. Leute sagen immer, aus Fehlern lernt man und so weiter, aber lernst du wirklich aus deinen Fehlern? Wie lernst du aus deinen Fehlern? Wenn ich mir vorgenommen habe, die nächsten zwei Stunden das zu machen, nach einer halben Stunde ist irgendwas dazwischen gekommen, ist das ein Fehler? Aber wenn ich sage, okay, wie komme ich halt schnell jetzt wieder rein? Nein, Mann. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie ist es passiert? Was kann ich tun? Lernen? Verändern, damit es nicht wieder passiert. Am besten, damit es nie wieder passiert. Aber okay. Es wird nicht perfekt sein. Ich werde wieder irgendwas übersehen, weil ich nicht ein Profi bin darin. Aber ich passe es an, ich verbessere es. So lerne ich aus meinen Fehlern. Okay? Also Michael, vielen, vielen Dank für deine Frage. Und ja, arbeite an dem Umfeld, kreiere diese Strukturen und Routinen und arbeite mit Pomodoros, arbeite mit Brainwaves, versuche einfach das perfekte Umfeld zu schaffen, damit du überhaupt im Flow reinkommst. Aber ich sage dir ganz ehrlich so, es gibt keinen Unterschied zwischen der ersten Session, wo du in den Flow reingekommen bist und wenn du rauskommst, wieder in den Flow reinkommen. Es ist genau wie, wenn du sagst, du warst drei Wochen in einem Flow und dann hast du drei Tage, bist du wieder rausgekommen, denkst, jetzt muss ich wieder reinkommen. Aber, wie hast du es gemacht am Tag 1, wo du angefangen hast vor den drei Wochen? Das ist genau wieder dasselbe. Tag 1. Starte einfach. Mach es einfach und mach es einfach. Das Einzige, was einen zurückhält, ist dieser Gedanke und diese Emotionen von jetzt bin ich rausgekommen, jetzt muss ich wieder reinkommen. Das sind alles Gedanken. Das sind alles Bewertungen. Hättest du keine Erinnerungen mehr von der letzten Stunde und wüsstest nichts mehr. Ganz kurz deinen Kopf angestoßen und kannst dich gar nicht mehr erinnern, was war eben gerade? Keine Ahnung. Was muss ich als nächstes machen? Ich muss jetzt zwei Stunden an dem Ding arbeiten. Super, okay, let's go. Aber weil ich das Gefühl habe, ich hätte eigentlich weiter sein können und die letzte Stunde bin ich rausgekommen, jetzt ist das passiert und jetzt habe ich zu wenig Zeit, um das noch hinzukriegen, so gut, wie ich es hätte machen können. Also, diese ganzen Gedanken, diese ganzen Emotionen, das ist auch das, was einen stört. Aber ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil das sind Sachen, die ich wirklich mit Leuten über mehrere Wochen durchgehe und dann fokussieren wir uns auf Gedanken und Emotionen, wir fokussieren uns auf Strukturen und Routinen und irgendwann kommt alles zusammen. Aber das sind verschiedene Themen, die zueinander gehören. Aber jetzt hier gerade von dem, was ich gehört habe, in der Frage war, für mich der erste Impuls zu sagen, ey, Umfeld, Routinen, Strukturen, nicht wieder reinkommen erstmal. Erstmal beobachten, warum sind wir hingefallen und was können wir tun, nicht wieder hinzufallen und den Schock zu absorbieren und dann wieder reingehen. Und das ist auch das Ding, wenn du dein Ziel definierst und auf dem Weg zu deinem Ziel sein wirst, du hast so viele von diesen kleinen Hindernissen, die du übersiehst, wo du gar nicht weißt, dass das Probleme sind. Das ist ein wichtiger Aspekt. Du siehst sie gar nicht. Du gehst einfach weiter und du weißt gar nicht, was du daran ändern kannst und dass du es ändern kannst. Und deswegen sind viele Leute so langsam. Dann denken die, ich muss einfach härter arbeiten, ich muss einfach mehr Gas geben, ich bin bis 20 Uhr im Office und es geht nicht um. Das ist dieses Train smart, not hard. Ja, dieses smart. Überleg mal ganz kurz, beobachte mal ganz kurz. Veränder ein paar Sachen. Nur das, nur so diese paar Anpassungen. Lernen, Nein zu sagen, Sachen besser zu strukturieren, organisieren, nach draußen kommunizieren, seine eigene Zeit beschützen. Boom! Und auf einmal schaffst du in einer Woche das, was du sonst in drei Wochen schaffst. Mit demselben Potenzial, mit demselben Talent, mit demselben Kenntnissen, mit demselben Wissen. Oh wow! Aber wenn du das nicht weißt, dann siehst du andere, die in derselben Zeit viel mehr erreichen als du und dann kriegst du Glaubenssätze. Die sind wahrscheinlich besser als ich. Ja, die haben wahrscheinlich mehr Talent als ich. Ja, die haben wahrscheinlich Glück gehabt. Ja, aber es ist... Ja. Also, guck dir das an, wenn das bei dir Klick gemacht hat und du gesagt hast, oh, da gibt es etwas, da kann ich vielleicht was dran ändern. Diese Woche noch. Dann mach es. Denn nur zu wissen, was zu machen, ist nicht genug. Denn, wie du weißt, Wissen ist nicht Macht. Nur Machen ist Macht. Also mach es einfach, ey, bevor ich das beende. Komm in die Telegram-Gruppe, wenn du mir auch Fragen stellen willst bei Voice und vielleicht landest du hier auch auf dem Podcast. Wie gesagt, die Telegram-Gruppe ist for free. Du kannst reinkommen. Ich werde regelmäßig Live-Calls machen, wo ich vielleicht auch Teilnehmer mit reinnehme und Fragen stelle. Das Format steht noch nicht genau fest. Ich experimentiere noch ein bisschen damit. Aber ich teile sehr viel in dieser Gruppe und das ist im Moment so die Hauptgruppe, mit der ich jetzt connecte mit der Community. Also checkt das ab. Mach es einfach und mach es einfach. growth mit dem auch zu ... Bis zum nächsten Mal.